Irgendwann saß ich mal im Auto, also ich lebe in München und was heißt ein bisschen außerhalb von München eigentlich auf dem Land, und bin in die Stadt reingefallen und ja, habe angefangen, mich so Gedanken darüber zu machen, ja, wie schön, aber irgendwie auch wie scheiße es ist, manchmal einfach an was zu glauben und also habe mir so ein bisschen angefangen, mir Gedanken zu machen über das Wesen des Träumens und ja, als Musiker, ja, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist mein Großmeister darin und aus diesem Gedanke so meine Liebesheit wäre nun an dem Idealismus entstanden und wird schwimmen. Musik 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 Person scen 1960 Musik Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.